Wahoo, einen schönen guten Tag euch liebe Leute. Ähm, jo, was gibt es mal wieder zu sagen? Für Zeit mal wieder für eine Channel News. Eigentlich eine eher recht kurze. Ja, worum geht's? Es ist vielmehr eine Frage. Oder zwei Fragen. Frage Nummer 1 ist, seid ihr damit zufrieden, wie es momentan auf meinem Channel von den Releasen her läuft? Was bedeutet, heute eine Folge von dem, morgen eine Folge von dem und dann von Zeit zu Zeit mal einen Tag Pause, damit ihr vielleicht doch noch irgendetwas anderes nachschauen könnt? Seid ihr damit zufrieden? Joa oder nein? Wenn nichts gesagt wird, werde ich es dabei belassen. Vielleicht ändern, mal gucken. Und die zweite Frage ist, ich bin am überlegen, ob ich Wildstar, ein recht neues MMO, mal ausprobieren soll oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Sagt eure Meinung dazu, finde ich nicht weiter tragisch. Und, ähm, jo, also den bis den gehabt durch den wohl.